Hier in der Waffenkammer ist doch bestimmt Madkit. Ja, da unten liegt immer Madkit rum. Da in dem Winey-Room. In der Waffenkammer unter dem... In dem Gang ist doch so eine Waffenkammer. Ich hab die Kasse gehört. Du hast nix gesagt, du hier. Merke ich mir. Felix hat nix gesagt, als er die Kasse gelootet hat. So. Er schämt sich so sehr, er schweigt noch immer. Wollte sich nicht mal verteidigen, weil er wusste, wie recht ich hab. Find dich nicht ab. Ja, die Buskel tötet. Stimmt mir nicht, wir sind noch ganz weit weg. To be fair, der Marker sah aus, als wäre er auf der Kasse gewesen, als ich dann unten in dem Gang war. Du bist auch auf der Kasse gewesen. Wo? Wo? In der Waffenkammer unter dem Gang. To be fair, der Marker sah aus, als wäre er auf der Kasse gewesen, als ich dann unten in dem Gang war.